Die in der Europäischen Union geltenden Urheberrechte werden derzeit überarbeitet, um sie dem neuen digitalen Zeitalter anzupassen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um zu klären, was Nutzer mit digitalen Inhalten machen dürfen. Darf ich zum Beispiel meine E-Books verleihen oder verkaufen? Das möchte Georg aus Malta wissen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Büchern dürfen Verbraucher ihre E-Books nicht weiterverkaufen. Denn die europäische Gesetzgebung unterscheidet zwischen traditionellen Gütern und digitalen Inhalten. Kann ich Kopien von meiner DVD machen, zur Sicherheit? Die Möglichkeit, eine Sicherungskopie von einer DVD oder einem Videospiel zu machen, wird durch den Kopierschutz begrenzt. Derzeit haben Verbraucher nicht das Recht, eine Kopie zu machen, obwohl sie theoretisch dafür eine Art Steuer zahlen, wenn sie digitale Hardware kaufen, mit der man Kopien machen kann. Kann ich meine Spielkonsole als Computer nutzen, indem ich ein Open-Source-Betriebssystem installiere? In dem Fall hängt die Antwort von der Lizenz ab. Wir haben herausgefunden, dass manche Hersteller für ihre Nutzer die Möglichkeit begrenzen, ein anderes Betriebssystem als das mitgelieferte zu installieren. Manche Klauseln sind sogar noch ungerechter und erlauben es dem Hersteller aus der Ferne, ein Betriebssystem, das nicht mit der Spielkonsole kam, zu löschen. Kann ich ein Lied neu abmischen und es dann hochladen und es in den sozialen Netzwerken mit meinen Freunden teilen? Sie können eine Fassung eines Liedes oder eines Videos auf die sozialen Netzwerke oder eine Videoplattform hochladen. Das Problem ist, dass ihr Inhalt blockiert oder vielleicht sogar gelöscht wird, aufgrund von Urheberverletzungen. Wenn es um den kreativen Gebrauch von bereits existierendem Material geht, sind die Verbraucher derzeit so gut wie gar nicht geschützt.